moin moin meine lieben was geht euer benni wieder am start mit einer weiteren folge bergmann nein süd herr natürlich was liegt an ich guck mal wie der status hier ist auf jeden fall muss ich weiter flügen weiter fliegen wir haben ja nicht mehr viel nacht zum fliegen das sollte das auch passen ich hoffe ihr habt viel zu tun oder macht gar nix bei den schönen warmen wetter also ich würde ja gar nichts tun aber ich bin wahrscheinlich samstag wieder bei den bekannten und samstagabend kommt ein kollege vorbei ich bin hier in der rote noch alles machen weiter ging es aber ich denke mal ich krieg das fertig so viel ist das auch nicht mehr ich bin mal gespannt ob meine festplatten morgen kommen beworfen und ich habe mir erst einmal einen raum gefeuchtet mal schauen ob die auch in buchamikon mit dem waren wir da ist oder auch in folter rumfurt Gerade wenn ich hier am Stream bin, da wird das doch ganz schön warm hier mit den drei Monitoren und dem Fernseher. Und dann ist da so ein Luftgefeuchterher noch nicht so schlecht. Der Rechner gibt ja auch noch nicht viel mehr ab. Da 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 da. Uuu, ich hab da ein Schlaf nicht gesehen, schon. Oh, Licht brauchen wir schon, ne? . . . . . Ich habe einen Tag noch nicht zu viel, ich denke, Schlafen ist auch nicht so schön, aber deswegen auch dieses Luftbefeuchtungsgerät. Schlafen ist auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Schlafen ist auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Schlafen ist auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Jetzt muss ich noch einmal zurückfahren und dann bin ich durch. Moment, ich will was gucken. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön. Ich will es auch nicht so schön, aber es ist auch nicht so schön. Ich will es 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 auch nicht so schön. Oh mein Gott! Ich kann auch noch was der hat, den ich den hier auf jeden Fall fertig geflügt, denn wie kommt demnächst das Grobeln, steht dann an, so. So. Zürich Die Mais essen die und schauen sie auch ganz gerne. Körnermals für die Schweine. Das ist die nächste Mal wieder da aufräumen. Wahrscheinlich werde ich mir da auch für die Schafen entlegen. Das ist eine riesige Augen für die Schweine. Dann brauchen die Schweine noch Sonnenblumen oder Sojawohn und Kartoffeln. Das ist eine große Angelegenheit. 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 Aber wo wir mit dir kommen, wo wir die Schweine. Das kann man sagen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wollen wir das nochmal wegkippen und dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Das war's für mich. Ja, dann muss ich den Schafen dann noch ein bisschen Krasse oder Heu geben. Nur sonst. Meine Schweine muss ich einfach noch sauber machen. Definitiv, das muss ich machen. Ja, sonst würde ich sagen, was ist das denn wieder mal für diese Folge. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wenn ihr keine weitere Folge mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. In dem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euer Benni auf meinem Kanal Hamburg als Player. Tschü tschü.